Hast du gerade früher gedrückt? Nein. Hat es sich so angehört? Willkommen zurück, wir wollen mit Teil 2. Freunde, weiter geht's. Festung Bratzenbrücke. Los, nehm an. Klingt so wie Bratzenbrücke. Der Herr Sajan spielt jetzt die Waldelfe, weil er eine Obdach hat. Ja, ich möchte nämlich ganz gerne da das Level 7 erreichen, um endlich mal so elfenmäßig mit Langwaffe zu kämpfen. Stellen wir mir geil vor. Ich habe nichts weggeklickt. Ich auch nicht. Das ist ein komisches Ding. Wahrscheinlich Fehler im Spiel. Ja, haben wir schon Teil 1. Ich habe das Gefühl, dass die Ratmen darüber wissen, aber die Begriffe können nicht wählen. Sind Sie schlafen, Mayflies? Wir haben Arbeit zu tun. Vögel durch draußen. Das ist eigentlich Markus Kubach, das ist wahrscheinlich der Söldner, den ich vorher gespielt habe. Der Söldner, okay, der ist jetzt Bot geworden für uns. Toll, jetzt bin ich mit zwei Bots und Level 1er, ey, was geht's hier? Oh, mi 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 mi. Kannst du mir mal nicht den Weg stellen. Ups, zack, mit Elfstörgeschwindigkeit geköpft. Mit Elfengeschwindigkeit? Ja. Wir sind ja erstmal dran gewöhnen, nicht mehr so'n Schaden zu machen, sondern gleich zwei Schnitt zu brauchen, um die zu köpfen. Hier ist sein Lieblingsspielzeug übrigens. Ein Pulverfass. Das ist mein Lieblingsspielzeug. Pulverfass. Es ist kein Pulver, es ist ein Öfass. Ah, es ist ein Fass. Hier ist ein Heiltrunk. Gas Rats! Gas Rats! Wir sind am Lockheed und so weit weg, ey. Ich bin am Lockheed und so weit weg, ey. Ich bin am Lockheed und so weit, ich möchte mal die Gangs genießen hier. Laufen wir Kilometer weiter, ey. Unfassbar, diese Newbies. Ähm, bitte hältst du deinen Fass bereit? Hier ist ein Heiltrunk. Super, der hat noch gefehlt. Ja, ab da weg, okay. Guck mal, da kommen noch welche. Guck mal, da kommen ganz viele. Guck mal. 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 Da unten ist eine Kiste Die reizt mich Rechts unten Es gibt Gefahr in der Schmerzen Junge, wie viele Pfeile soll ich dem noch in den Kopf zimmern? Dark-Göder oder nicht, der Chaos-Warrior hat fallen. Oh. Blesse, Feuer. Alter, ich hab sie nicht erwischt, weil ich hier vom Felsen gepurzelt bin. Wie behindert. Hörst du das? Das klingt wie ein Assassinen. Es gibt vielleicht ein Lohn von ihnen. Es wird nicht stoppen, dass die Schocker sind. Leute! Komm! Finiess mich, wenn ihr da seid. Du bist eine blöde Hilfe! Noch ne Bombe. Hier in der Truhe hier hinten. Noch mehr. Sue! Oh! Du kannst ein langweiliger Schocker schocken. Nach allem. Hast du gehört, Barretts? Oder hast du noch eine? Was hab ich? Eine Bombe? Ne hab ich nicht. Wo denn? Hier hinten, in der Truhe. Wo bist du denn? Da, wo du nicht bist. Ah, witzig. Junge, was machen die da? Was fliegt hier durch die Gegend? Das ist Krieg, Junge. Diese verrückte Mongos. Ich würde hier lang gehen. Weil hier ist nämlich noch ne Kiste. Da ist ein Gang, den hab ich nicht gesehen. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Wie machst du das nicht? Da ist die Tamaga schon wieder hier gebrochen. Ja, ich seh's zumindest. Ja, siehst du. Ich hab ihn. Oh, hab keine Munition mehr. Oh, was hast du gesagt? Irgendeine geile Munition ist ja? Oh, bring on the fool. Trolls are slow and stupid. Keep moving and it'll not landable. Alter, so viel Slayer. So viel Slayer. So viel Slayer. So viel Slayer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist nicht ein Beld, das ist bereit. Wir haben viele Füße, die zu bern. Und kleine Tide. Ja, 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 sie ist schon. Los, immer auf den Schädel drauf. Immer in die Crit Zone. Oh. Ob ich sterbe, veröffentliche mich ins Seine. Abstand halten bitte, Bombe kommt! Bombe! Ich hab halt noch mal einen Gegner mit erwischt. Oh du Gäste. Komm mal rein, er ist platt und dann heilen. Wenn möglich. Viel ist nicht mehr. Ja, ich brauch dringend Leben. Ich seh ihr Leben. Alter, ich sehe viele Kisten, Junge. Munition, Heilung, da lag noch irgendwo was, oder ist es schon weg? Ah, der Tast ist weniger als der Ruhm. Oh, noch ein Fass. Das ist ja Luxus. Warte, ich lock's an. Achtung. Seit wann werden wir von Raketen beschossen? Was sag ich jetzt? Okay, gefällt mir nicht so wirklich. Hallo da? Ne. Ich hab keinen Blick gemacht, um zu gucken, ob ich da was schönes finde. Wie zum Beispiel, dieses Verbandszeug. Hat sich schon gelohnt. Hier ist noch ein Verbandszeug. Ich seh nicht mal wo du bist. Ach da, da bist du schon. Du bist ja da, wo wir auch grad waren. Hier steht ein Verbandszeug. Ja, ich guck hier grad noch um die Ecke. Hier ist nämlich eine Munitionskiste. Oh, 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 ich brauch nochmal Hilfe. Ich guck nochmal eben, äh... Ich hab mal eben unseren Bot hier. Mach mal. Zwei Gegner hatte ich noch, die sind weg. Hier oben ist, hier oben ist Muni, falls du brauchst. Was ist denn da? Da musst du einmal genau rechts rum und dann links. Da kommt Puck. Sie werden wartet in den Schatten. Dann, Sie werden. Die kommen rum, ne? Seh ich nicht. Karten rum. Das ist ein Blubadier. Das ist ein Blubadier. Seh ich nicht. Seh ich nicht. Oh ja, irgendwas flüstert hier schon wieder. Ja. Lass uns mal weitergehen. Ja, ich möchte das Flüstern verstummen lassen. Da unten wiggelt der rum. Ich hab ihn null mal getroffen. Das war... Effektiv, wo? Hier. Und du hast volles Leben da noch. Ja, 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 ja. Ich hab's aber... Du schießt gerne, kann das sein? Ja. Hopp. Ich hab's nicht mehr. Bin ich nicht mehr. Oh Gott. Ich hab's aber gewonnen. da kommt jetzt zu geile musik deswegen ja genau deswegen ja ohne kopf klettert er sich nur halb so gut max 13 im spiel bei max pain 13 immer unter junge munition es fühlt sich schlecht an dass wir so viel verbandszeug brauchen aber ich wollte gar nicht runter buch gefunden das ist aber schön außer wenn ich gleich tot bin das ist dann nicht so geil andere du machst doch hoffentlich was oder max pain 13 auf level und mutex der gleich als tote zauberinnen beitritt den hat man gerade auch schon mal sei still computer jetzt wird hat sich ja noch mal direkt durch geschnitzelt ach der noch ein slayer der durch durch nein und mutex level 19 äh hexe Feuermagen, die war der Weg war. Wo seid ihr? Da hinten. Wird ja vorgelaufen. Naja. Da war noch Verbandsleuch. Ja, siehs, 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 siehs. Scheiße! Ich will es nicht gleich wieder verlieren, nur weil hier ein Kack-Zenturio ankommt. Von diesem Weg war der Schaue, der wieder geblieben wurde. Achtung an Böse! Achtung an Böse! Einbogen! Das könnte so werden! Massen Sie mich nicht lang! Welches Tor überhaupt? Halte mir mal kurz alles vom Leib bitte. Boah, weißt du, die war ausgerichtet, da hätten sie auch zuerst die, egal, was ist denn das hier? Scheiße, wir haben einen Kanonenkugel. Aber ich glaube, da muss man bis hin fahren dann. Hat der Zwerg Kanonenkugel? Ja, aber wie ey. Kanonenkugel größer als er. Soll dran kommen, Kanone ist frei. Ist irgendwo so ein Zeuchenschießer, oder? Komm! Alter! Schöne Arbeit, mein Flugzeug! Übertreib halt! Na, wer bist du denn, dass du direkt hier vor mir spawnst? Fettsack! Einen Moment! Oh Gott! Oh Gott! Du musst nochmal ausgerichtet werden, worauf denn? Keine Ahnung. Wir haben noch schon alles. Brennt doch schon die Scheiße. Die macht doch nichts mehr. Gut, egal. Bei mir steht, verteidige das Tor. Und wie sind unsere Kollegen denn? Zauberer steht oben, Zwerg ist verschwunden. Ja, hier ist ein Zeug. Ja, wir würden uns bestimmt tun, dass wir weiter nach unten gehen, oder ne? Ja. Das Tor verteidigen. We do it. We do it. We do it. We go! Und nicht? Keine Ahnung. There's a runner in the shadows. Greif einfach mal an. Ja. Merke, Slayer sind gut gegen Slayer Also hier könnten wir Feierabend machen Oder? Ja Tatsächlich Oh, komisch, da hat das gebackt Die Braxenbrücke Echt mal Was für eine Bratze So, nix gefunden, wa? Wurde auch gesammelt Folianten, einen haben wir wahrscheinlich Level 8 Schwert und Dolch, die Waffe freigeschaltet Nice Und eine Truhe natürlich Flups, fast Level 3 Schade Ja, reicht halt nicht Lol Wow, ich war heute voll der Ficker Wollt grad sagen, da hab ich mir mal zugelegt Ja, grün blatt Kaelthrax Kaelthrax Brüchiges Saleskunstspiel Gibt mir was brüchiges, der Bastard Schade So, Herausforderung Gegner Töte einritten können in einer Kampffaffee Rüstet einen seltenen Gegenstand aus Oh, geil Wow, geil Wow, geil Ich habe eine Patchwork-Axe gekriegt Eine grüne Kraft 95 Eigenschaften plus 9% Kraft gegen Skarven Ich habe eine blaue Rosenkranzkette gekriegt Ah 93 Kraft Eigenschaften plus 7,5% Schadensfängung gegen Chaos Ah Und Plus 1 Ausdauer Ja, das ist anderes Kacke Ich bin nicht unzufrieden Hey, das ist komisch Ich habe zwei Sachen zumindest mit Kraft 100 ausgerüstet Eins sogar 101 Und habe ich die Gesamtkraft 100 Jetzt ist ja der Durchschnitt genommen Tut's denn So Machen wir wieder Feierabend Ja, ne? Würde ich sagen, ja Gut Freunde, vielen Dank fürs Zusehen Vielen Dank fürs Zusehen Oh, ich habe noch drei Kisten Ich habe noch drei Kisten Oh ja, noch drei Kisten Also, bis zur nächsten Folge, liebe Freunde Bis dahin Bis dahin Also bei Barbaritz. Ich mache eben noch die Kisten. Krieg zumindest neue Bögen. Oh, der sieht süß aus. Grünblatt Kinojaf. Wir gehen aber gleich immer in der Höhe hier. So, was ist in der Beste? 110. So, was ist hier das Beste? 109. Natürlich verführerisch, aber probier es jetzt erst mal mit der Grünblatt. So, jetzt war es das auch von mir. Bis dahin. Tschüss.